Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen bei einem kurzen Überblick über das Errichten und Prüfen elektrischer Anlagen, einem Video der Elektroschutzgemeinnützige Privatstiftung ESF Vienna. Wenn ich mich kurz vorstellen darf, mein Name ist Ernst Schmautzer. Bis vor zwei Jahren war ich Mitarbeiter am Institut für elektrische Anlagen der Technischen Universität Graz, wo ich auch heute noch Lehraufträge habe. Seit meiner Pensionierung bin ich wieder verstärkt selbstständig tätig und berate Einzelunternehmen, das sind Elektroplaner und ausführende Elektriker, bis hin zu großen Aktiengesellschaften bei kleinen und großen Projekten. Schwerpunkte meiner Arbeiten sind Schutzmaßnahmen, Energieeffizienz, Erdungs- und Potenzialausgleichssysteme, EMV und niederfrequente elektromagnetische Felder. Beim österreichischen Verband für Elektrotechnik OVE bin ich Mitarbeiter in technischen Komitees und Mitarbeiter und Vorsitzender in einigen Subkomitees. Eine sorgfältige Planung und Errichtung durch gewissenhafte, erfahrene und umsichtige Fachkräfte kann viel Korrekturarbeit vor, während und nach der Inbetriebnahme von elektrischen Anlagen ersparen, Umbauten und Reparaturen überflüssig machen und eine bestimmungsgemäße Verwendung sowie einen zufriedenstellenden, ordnungsgemäßen Betrieb begründen und gewährleisten. Normenkonforme Prüfungen und Messungen, die im Folgenden besprochen werden, sind nicht nur hinsichtlich des zufriedenstellenden, zuverlässigen Betriebs, sondern auch wegen der Sicherheit von Personen und Anlagen in elektrischer und mechanischer Hinsicht wichtig. Von einem klaglosen Funktionieren der Schutzmaßnahmen kann das Leben, die Gesundheit und die Sicherheit von Personen sowie der Schutz und die Erhaltung von Sachwerten durch Abwendung von Gefahren wie Brand oder Explosion, Beschädigung oder Zerstörung durch Blitzschlag und so weiter abhängen. Die Überprüfung erfolgt durch Elektrofachkräfte, die durch unterwiesende Personen unterstützt werden können, die nach genormten Referenzverfahren mittels Prüfgeräten Anlagen überprüfen. Die Verantwortung liegt jedoch immer bei der jeweiligen Elektrofachkraft. Was ist nun zu besichtigen? Die Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag, Schutzmaßnahmen gegen Verbrennungen, Störlichtbogen, Brandabschottungen, Strombelastbarkeit der Betriebsmittel, der Einbauort, die Selektivität, die Leiterquerschnitte, ein Spannungsabfall von der Übergabestelle bis hin zum letzten Endstromkreis, Berücksichtigung äußerer Einflüsse wie Temperatur, Feuchtigkeit, Schmutz, die Auswahl der geeigneten vereinbarten Betriebsmittel, Vorhandensein der erforderlichen Pläne, Schaltungsunterlagen, Kennzeichnung der Leiter, Stromkreise, Schalter und Klemmen, geeignete Anschlüsse und Verbindungen der Leitungen und Kabel, Erdungsschutzleiter und Potenzialausgleichsleitungsanlagen sowie Blitzschutzanlagen, Maßnahmen gegen elektromagnetische Störungen und Anordnung einpoliger Schaltgeräte, zum Beispiel in den Außenleitern. Was muss nun gemessen und erprobt werden? Vor allem die Durchgängigkeit der Leiter bekannt sind die Niederommessungen, der Isolationswiderstand der elektrischen Anlage. Grundsätzlich wird diese Messung durchgeführt, aber auch zum Nachweis der Wirksamkeit der Schutzes durch SELF und BELF, aber auch Schutztrennung. Die Polarität der Spannung, Einbau, einpoliger Schalter im Außenleiter beispielsweise. Die Wirksamkeit des Schutzes durch automatische Abschaltung der Stromversorgung, durch Leistungsschalter, Leitungsschutzschalter, FI-Schutzschalter, Messung der Schleifenimpedanz, der Netzinnenimpedanz und der Ausschaltzeiten. Der Zusatzschutz, beispielsweise der FI-Schutzschalter mit 30 mA, Typ HG. Die Phasenfolge der Außenleiter. Das Rechtstreffend ist damit gemeint, wobei aber bei bestehenden Anlagen eine Koordination mit dem Anlagenbetreiber erforderlich ist. Wird ein Fehler bei der Überprüfung festgestellt, muss die Prüfung nach der Behebung dieses Mangels oder des Fehlers erneut durchgeführt werden. Für explosionsfähige Atmosphären müssen die dafür geltenden Sonderbestimmungen eingehalten werden. In dieser Darstellung sind die Überprüfungsintervalle für Anlagen zusammengefasst, die durch Laien betrieben werden. Für viele überraschend ist zum Beispiel die Verpflichtung, Wohnungen, Ein- und Zweifamilienhäuser, die durch Laien betrieben werden, alle zehn Jahre zu überprüfen bzw. überprüfen zu lassen und diese Überprüfung zu dokumentieren. Diese Forderung findet man zum Beispiel in der ÖVE-Richtlinie R5, die zum Stand der Technik gehört. Ebenso wichtig ist es, den FI-Schutzschalter alle sechs Monate dabei zu überprüfen. Wohnungen nach dem Mietenrechtsgesetz sind auf dem Stand der Technik zu halten. Dies erfordert auch eine regelmäßige Überprüfung der elektrotechnischen Sicherheit und auch eine Protokollierung dieser Überprüfung. Elektrische Anlagen im landwirtschaftlichen Bereich sind selbstverständlich auch regelmäßig zu überprüfen. Ebenso der FI-Schutzschalter gemäß Herstellerangaben. Hier kann es sogar erforderlich sein, dass der FI-Schutzschalter monatlich überprüft wird. In dieser Tabelle geht es um den Arbeitnehmerschutz. Gesetzliche Regelungen finden sich im Arbeitnehmerschutzgesetz und in der Elektroschutzverordnung. In der Elektroschutzverordnung finden sich Prüffristen, zum Beispiel Exlege mit zehn bzw. fünf Jahren für Büros oder ähnliche Einrichtungen. Prüffristen von drei bzw. einem Jahr müssen in entsprechenden Betriebsbewilligungen der Behörde aufgrund von besonderen Beanspruchungen wie erhöhte Temperaturen, Feuchtigkeit und Schmutz, erschwerte Umgebungsbedingungen festgelegt sein. Für Blitzschutzanlagen gelten typischerweise Prüffristen von drei Jahren, von einem Jahr dann, wenn in diesem Gebäude brennbare oder explosive Materialien in gefahrbringender Menge gelagert werden. Der Prüfbericht bzw. der Prüfbefund ist ein Bestandteil der Dokumentation der elektrischen Anlage. Er ist grundsätzlich formfrei, das heißt in Österreich ist die Ausführung des Protokolls nicht zwingend vorgeschrieben und kann vom Prüfer in Abstimmung mit dem Anlagenbetreiber bzw. dem Anlagenverantwortlichen festgelegt werden. Empfohlen wird jedoch der Einsatz des Protokolls des Kuratoriums für Elektrotechnik bzw. die Anwendung des Elektrobefundmanagers, einer softwareunterstützten Protokollumgebung, die von fast allen renommierten Herstellern normenkonformer Prüfgeräte unterstützt wird. Eine Datenbanklösung erleichtert dann auch die wiederkehrende Prüfung. Zum Mindestumfang des Prüfberichts gehören die Aufzeichnungen über den Verantwortlichen für die Planung, die Errichtung und die Prüfung der Anlage. Dann detaillierte Anlagedaten. Pläne sind die Voraussetzung für die Durchführung einer Überprüfung. Vollständige Aufzeichnungen über die Besichtigung einschließlich der Beurteilung sind erforderlich. Ebenso Aufzeichnungen über das Erproben und Messen einschließlich der Beurteilung. Die Messergebnisse müssen im Detail dokumentiert werden. Jeder Stromkreis einschließlich der zugehörigen Schutzeinrichtungen muss im Prüfbericht dokumentiert werden. Zusammenfassende Beurteilungen und gegebenenfalls Mängellisten schließen das Prüfprotokoll ab. Zum Abschluss wird der Termin für die nächste Überprüfung und gegebenenfalls Empfehlungen angeführt. Damit bin ich zum Ende des Videoclips über Errichten und Prüfen elektrischer Anlagen angekommen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Pläne Vielen Dank.